Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen Riebe und let's rock! Stylisch! Jetzt brennt alles! Bestes Spiel ever? Ich meine, dass so ein Livestream ist die ganze Zeit hinter der dir brennt, ist bestimmt auch nicht schlecht. 24 Stunden lang. Wenn du 24 Stunden lang das Feuer unter Kontrolle halten kannst. Stylisch! Oh, na gut, so wird das nichts mehr, wenn du einschlagen wirst. Beste Sonne ever? Boah, wer hat denn schon 3 Millionen Zuschauer auf ehemals? Und der macht nicht mehr was? Oh! Ich habe gewartet auf dich, einen Mann zu bemerken, wie ihr. Oh, 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 oh! Auf einer brennt immer noch! Noach! Oh, naja, okay, da können wir drüber reden. Achso er... Was the hell did you do? Why do you have so many viewers? Hey, do you mind? I'm streaming! Coming in hot porn! 20 DOS DONA- That's a donation, Mr. Yeast! Wait, what does coming in hot mean? Oh! Mr. Yeast! Mr. Yeast! Mr. Yeast! Mr. Yeast, Mr. Yeast! Mr. Yeast! I don't know...maybe we can do that after? Mr. Yeast, it's Mr. Yeast! Mr. Yeast, it's Mr. Yeast! Mr. Yeast! Mr. Yeast! Mr. Yeast! Mr. Yeast! Hey there buddy-chum-pal-friend buddy-pal-chum-but-friend... Mein Freund, Freunde, 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 Junge... Oh! Amigos, willst du mir ein gutes Wort geben, um ihn zu collaben? Okay, ich werde es tun. Aber nur, wenn er mir mit meinem Stream hilft. Er hat auf die Kamera gehalten! Ich glaube, er würde sogar Stativ wegrennen. Jetzt wird er noch gekocht, Alter. Oh mein Gott. Oh, Junge! Die Kochlinien abgestürzt! Was ist denn hier los, Alter? Ja, mach das mal! In dem Flugzeug des Absturz kochen! Wer kommt denn auf so eine Idee, Alter? Hahahaha! 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 Hä, ich stell sie doch schon auf! Äh, ab! Wenn dann aufprall! Huuuuhh! 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 Junge, was auch immer du vorst! 30 Sekunden... Mach Spaghetti in 30 Sekunden mit Bolognese, Alter! Was ist denn da los? Ui! Sieben Millionen! Übertreib halt komplett! Huuuuhh! Hahahaha! Statt die Mütze zu schmeißen, schmeißt deinen ganzen Kopf! Kennt man! Das ist das nächste Mario-Spiel dann! Hahahaha! 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 Oh, die haben das Sterben überlebt! Hahahaha! Great work, guys! You did a fantastic job! Thanks, dude! Say, would you also be up for a collab with SMG4 next? No. Hahahaha! 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 If you haven't already, hit the subscribe button. Ja, das Boot funktioniert am besten auf Land. Ja gut, das ist so'n feine Fantasy-Boot. Nett. Nein, ich muss nur noch mehr Content machen. Ein viel mehr! Ich sah den Himmel! Ja, ich baue nur nach oben. Wer ist im Himmel ständig? Okay Franky, willkommen zum SMG4. Ich habe euch für eure Expertise in popularen YouTube-Content. Ich bin in Gefahr! Wer freut sich nicht, wenn er in Gefahr ist? Oh! Oh! Thank you, James Bond! Junge, wie viele Videos macht er in einer Minute? Yes! Ich bin in Gefahr! Ich bin in Gefahr! Einfach alle Abos weg! Da versuch ich nur Wohlfehl! Ich bin in Gefahr! 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 Jetzt spielen sie Roblox! Junge, das ist ja schon ein richtiger! Oh mein Gott! Die Kinderarbeiterfabrik. Los, abzocken. Welches Kind würde sich da nicht freuen? Oh. Ja, jetzt geht's los, Alter. Yes. Und jetzt hauen sie... Ich wusste es. Ah! Oh, 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 oh. Did I really fall off? Wow, was ist das für ein Fisch, Alter? Oh, dein. Oh, Alter, der dreht komplett durch. Das ist, ja, so spielt man Fortnite, genau, ganz genau. Oh, Alter, so viel geht's. Oh, Alter... Who? Who is it? Time to get back on your feet. Scrub. What? But you just exposed me and got me cancelled. I only exposed you so you'd stop damaging yourself online. How does that make any sense? I'm cancelled. Pffft, YouTubers get cancelled all the time and bounce back. The internet moves so fast, everyone's gonna forget by the time they see what I have planned. What... what do you have planned? We're gonna make you some spicy quality content. If you could kill me, that'd be great. I haven't lost my virginity, because I never lose. Oh! Was ist das für ein Content, Alter? Ja, genau. Das denk ich mir dann ausruhig. Die Tür öffnen wir da. Okay, dass das macht. Was ist das für ein Mr. B? Oh mein Gott. Was ist das, Movie Maker, Alter? Wer schneidet denn mit Movie Maker? Die gibt's überhaupt gar nicht mehr. Das mit der Internet das people lieben. Hochgeladen auf YouTube... Ja so steht das von ja auch immer da. Richtig fest groß hochgeladen auf YouTube. Unregistrierte Hypercam 2. Ich mach doch auch mal so'n Video. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Das war irgendwie vollkommen durchgetreten, Alter. Also, ich hoffe euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Fall schiebe ich mich und bin damit raus.